Hi Leute! Moin! Ich begrüße euch zu einem neuen Teil hier auf dem Kanal zum Thema Aquarien einrichten. Mehr Wasser für Anfänger sagen wir jetzt mal ganz grob, weil Thorsten ist ja Anfänger. Und ja, im letzten Teil hatten wir uns die Straton zu Gemüte geführt und jetzt geht mal die Technik dran, weil hier muss noch einiges gemacht werden. Ihr seht da unten das Chaos. Ja, sieht man nicht ganz, ist auch gut so. Wir wollen hier noch ein paar kleine Änderungen dran machen. Die erste Änderung, die wir jetzt gleich als erstes machen, ist das Becken erstmal weiß polieren von unten. Das heißt, wir müssen das Becken so wie es ist, erstmal auf den Tisch gleich legen. Das sind zwei kräftige Gärtchen und dann kommt da unten eine weiße Folie drunter. Hat dann im Endeffekt den Vorteil, man könnte Sand reinmachen und wenn man den Sand nicht reinmachen will oder wieder rausholen will, sieht es dann im Endeffekt trotzdem gut aus. Das ist schon mal der Plan. Ja, und danach geht es dann hier unten an das Chaos. Könnte ein kleines bisschen dauern. Von daher, ja, schauen wir mal. Wir werden hier und da, wenn wir Zeitlupenaufnahmen machen. Zeitraffer. Zeitlupen. Nein. Wir wollen uns das nicht unnötig in die Länge ziehen. Das wird wohl ein bisschen dauern, das Chaos. Der Reaver hier, das ist ein 250er. Hat eine Breite von 90. 90 mal 50 mal 55. Okay. Wir haben zwei Pümpchen hier drin. Einmal, beide von Dubla. Ja, beide Dubla Marien. Ja, das war ein gebrauchtes Text. Ob die was bringen, ob die okay sind, werden wir sehen. Dann hast du hier oben entsprechende, ja, ein Y-Stück dran mit diesen, ja wie heißen sie, Nosels, die so ein bisschen die Strömung verwirbeln. Finde ich schon mal sehr gut. Ist ein gutes System. Das ganze System hier ist das V3. Ja, weil wir haben, werden auch nachher hinten an die Verrohung noch drangehen, dann ein paar Kleinigkeiten ändern. Das super tolle Membranventil gegen vernünftige Haare austauschen. Und, und, und. Also es wird spannend. Wie gesagt, hier und da machen wir dann mal Zwischeneinspiele erklären, was wir gemacht haben. Alles andere hauen wir in den Zeitraffer ein. Auf geht's. Los geht's. So. 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 So, Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt hier im Prinzip sind wir hingegangen und haben die Folie grob zugeschnitten. Hier unten haben wir den Ausschnitt, haben die hier oben einmal kurz drauf fixiert, weil die halt nicht immer Eigenschaft hat, wenn sie hier von der Rolle kommt, dass die immer wieder sich zusammenrollt. Sobald man dann die Folie abgemacht hat und die Flüssigkeit da drauf gekommen ist, konnte man die im Prinzip von der Fixierung wieder lösen. Auf der Folie selber, jetzt haben wir jetzt mit Glasreiniger gemacht. Mal gucken, was passiert. Also normal nehmen wir Wasser, aber Glasreiniger, glaube ich, auch. Auf beiden Oberflächen Feuchtigkeit drauf, draufgepackt und habe da gerade irgendeinen Zeitraffer gesehen, einfach mit einem ganz normalen Rakel hier, beziehungsweise ist ein Eiskratzer, das Wasser rausgezogen. Jetzt haben wir hier noch die Überstände. Jetzt gehen wir mal hin. Ne, die Unterseite brauchen wir gar nicht. Ne. Lassen das Ganze noch dran. Setzen das Becken wieder drauf. Wir machen das dann. Und schneiden dann es ab. Das ist ein guter Plan. Behaupte ich jetzt mal. Und wir gehen hin und machen hier noch ein bisschen, also müsste eigentlich kleben. Setzen das Becken jetzt gleich wieder hinten drauf und dann schneiden wir es ab. Kurzer Break. So, Becken steht. Und jetzt müssen wir das Ganze noch auf der Vorderseite hin, schneid du? Dein Becken. Wirklich an der Kante vorbei, genau. Wartenscheiß. Entschuldigung. So, dann machen wir die Kopfseite. Habt ihr da auch sauber dran vorbei. Ja. Problem an der Sache ist jetzt, da ist immer noch ein kleines bisschen Feuchtigkeit. Und wir haben es auch nicht hundertprozentig überall blasenfrei. Ähm. Das ist immer, wenn man nicht wirklich Profi ist und sowas. Andere hätten es wahrscheinlich anders gemacht, aber tatsächlich nehme ich euch mal kurz hier von der Kamera runter. Dann schauen wir mal ins Becken rein. Und ihr seht, ja, ich sag mal, da kann man mit leben. Ist auch schon ein ganz anderes Bild, ganz andere Reflektion jetzt hier. Also schon genial. Ja. So. Was wir jetzt im Endeffekt versuchen hier unten, ist die Verrocken ein kleines bisschen zu optimieren und gleichzeitig noch einen Bypass zu legen, den wir für die UVC nutzen. Wir machen das Ganze jetzt hier in dem Rücklauf selber. Hier ungefähr, hier sehe ich die Schelle. Das heißt, wir können direkt hier hinter die Trennung machen. Wir müssen ja ein Stück rausnehmen. Alles, die wir auge hier. Dreimal abgeschnitten, noch zu kurz. Pass mal auf. Haben wir es besser, wie wir auch. Abschneiden kann man immer noch. Ja. Jetzt machen wir es kaputt. Jetzt ist alles vorbei. Tut es auch noch. Wunderbar. So. Und er hat das richtige gekauft. Oh, du hast das falsche Stück. Nein. Genau das richtige Stück. Achso. Du hast das dann hinterher auch noch mal kürzen. Genau. Wir müssen das jetzt noch mal einkürzen an sich. Weil das ist das Original. Ja. Das kommt dazwischen. Ähm. Wir können... Wir haben noch einen Vorstück. Mal eben gucken, wie weit der rein geht. Das sind tatsächlich 25 Millimeter weniger. Lieber mal stark hatten wir ja. Verlegt. Mehrfach. Und wiedergefunden. Auch mehrfach. Ich behaupte jetzt mal, wir nehmen 28 Millimeter weg. Ungefähr da. Ja. Den Finger sollten wir noch möglich dran lassen. Und die Speckere da nicht gewesen wäre. Ja. Aber wenn wir zu viel abschneiden, kein Problem. Wir haben Muffen. Wir können wieder verlängern. So. Und farblich schöne Rohre. Ja, haben wir es besser wie brauchen. So. Das wäre jetzt die Rohkonstruktion. Jetzt haben wir genau das, was wir schon mal brauchen. Rein. Auch rein. Jetzt brauchen wir noch ein anderes Rohr. Nicht wenig. Und die... Eine von den reduzierenden Muffen für den... Das sind die kleiner. Was für ein Schlauchwitzel da rangehen. Und der hier ist? Nee, nee. Nicht der. Das ist der Richtige für... Da gehen wir doch sowieso mit dem dran, oder? Nee, das ist ja... Was ich nicht verstehe. Das Becken ist ja gebraucht. Der hat jetzt hier einfach einen Staub drüber gesteckt. Damit dann der dicke Staub vernünftig draufpasst. Achso. Ja, interessant. Und deswegen hatte ich hier extra die Dinger gekauft. Mhm. Dann haben wir die vernünftige Größe. Und der passt hier schön bei dem Schlauch drauf. Die Säule mit ein bisschen Kraft kriegt man hier rein. Ohne, dass es kaputt zubrechen wäre vielleicht schön. Ja, das machen wir noch ein kleines bisschen. Ja, ja, das geht, das geht. Dann haben wir genug Druck drauf. Heißt aber, du willst also diese Muffe weg haben. Ja, genau. Das würde ich sagen, machen wir schön weg. Du hast aber noch einen Winkel, ne? Ich habe den Winkel, habe ich Nummer eins. Und besser haben, als brauche einen Winkel Nummer zwei. Genau. Warum machen wir das Ganze eigentlich jetzt hier? Dann machen wir nämlich direkt rot. Halt mal hübsch daneben. Da. Falsch. Da. Ein Stück länger. Muss ja mit abschneiden. Ne, ne, alles gut. Habe ich. Okay. Keine Sorgen. Ich habe genug. Ich habe auch ein rotes Rohr dabei. Keine Sorgen. So. Gehen wir mit dem nach unten und den dann könnten wir direkt dran machen. Wir könnten aber jetzt auch noch eine Muffe dran machen. Ne, das Wort passt so in den nimmst rein. Das passt direkt da rein. Richtig. Möchtest du das direkt an der Stelle? Ne, ich würde das weiter unten machen. Genau. Möchtest du weniger, weniger Lärm und weniger Staub bedürfen. Schauen wir mal. Gehen wir auf die Länge, wie gesagt, hin. Hier. Dann machen wir noch den, wenn noch eine Asse so aufliegen. Dieses Ding hier eigentlich. Aber ich weiß, wer da mehr Erfahrung mit hat. Der Jonas. So. Spiel mit Lego hier. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. So sieht es dann fast richtig aus. Das müssen wir hier noch dran. Mal gucken, ob es passt zu. Unter den ganzen Dingern da. Hier muss mehr nach hinten. Das ist dafür gedacht, dass es drunter passt. So war zumindest mit meinem Glas. Ansonsten wird man den Abstand nach unten verlängern. Das wird das Rohr verlängern. Ja, dann verlängern wir das. Ja, und den drücke ich jetzt mal rein, damit wir besser gucken können. Cool, da ist Luft, oder? Da ist Luft hinter. So, da kommt dann jetzt noch der Winkel da rein. Ja. So hast du dir das gedacht, ja? Ja, genau. Ja, genau. Dann haben wir hier noch den. Der Anschluss rüber dann zur UVC. Ja. Wobei das ein sehr dicker Anschluss ist, den du da hast, ne? Dicke Schlauch. Gibt es den auch in Düssel? Ja. Ich habe jetzt nur auf die 25er Rohr gegeben. Wirst du da noch liegen? Was ist das? Sind das die gleichen Dicken? Das sind die gleichen. Okay. Das sind die von Rohr echt so richtig. Da steht nur drauf 25er Rohr. Ja, ja. Das ist richtig. Oder man müsste sich die dann holen und dann Reduzierungsstücke auf das 25er Rohr. Müssen wir mal gucken, ob wir den jetzt schon mit verkleben oder nicht. Ähm. Der hat doch hier die richtige Dicke. Alles klar. Da. Okay. Können wir den denn da rein? Nur sicher. Uffbaste. Uffbaste. Nehmen wir raus. Den reduzieren wir jetzt hier noch von der Länge her, damit wir nicht so weit runterkommen. Ja. Und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Da haben wir nämlich den richtigen Anschluss. Okay. So. Dreimal abgeschnitten. Noch zu kurz. Wenn man das jetzt mal machen würde. Mit der Spitze zuerst da rein. So. Und. Zack. So soll es. Da kommt dann die Schlauchtülle drauf. Den Rest kannst du hier festdrehen. Neue Dichtung hast du ja auch. Ja. Und dann soll das Ganze so aussehen. Geht jetzt ein Stück weit raus. Müssen wir jetzt mal gucken, wie das mit der UVC an sich geht. Machen wir einen kleinen Schnitt. Und gleich geht's weiter. So. Nachdem wir euch jetzt eben nicht gezeigt haben, wie das hier sieht. Sollte es jetzt einigermaßen zu sehen sein. Also wir haben jetzt den Überlauf dahinter schon mal ein bisschen geändert. Auf der ganz linken Seite kommt das Wasser hoch. Für die Rückförderpumpe. Und oben setzt man ein einfaches T-Stück ein. Man könnte ein Y-Stück nehmen. Ja. T-Stück funktioniert aber auch. Habe ich gemerkt. Und wir brauchen noch nicht so viel Wasser dafür. Also da kommt der Hahn hin. Und hier kommt ja noch ein Schrank rein. Da wird gleich noch ein Schrank reingebaut. Und auf die Kopfseite wird dann die süße kleine UVC. Wie viel was hatten die nochmal? Das waren 9 oder 11? Ich glaube 11. 11. Ja. Die sollte da auf jeden Fall hinpassen. Und die werden wir heute nicht einbauen, weil sie ist leider noch nicht da. Aber das ist das kleinere Problem. So. Jetzt machen wir hier erstmal den Rücklauf kaputt. Ich habe Angst. So. Ist nicht nach oben durchgerissen. Schön. So. Jetzt brauchen wir erstmal die Muffe. Genau. Die wird dann so da drauf kommen. Und. Jetzt nehmen wir uns hier gleich ein entsprechendes Gegenstück. Haben wir natürlich erstmal das Problem. Wie weit runter müssen wir. Damit es noch klemmt. Klemmen müssen wir ja nennen. Die kann man versetzen. Dann haben wir nämlich nicht. Wir setzen die hier oben dran. Ja. Also sprich. Die soll jetzt nicht hier klemmen, sondern da oben. Ja. Dann haben wir. Ja. Dann haben wir. Ja. Ja. Also ich. Ja. Ich auch. Wo? Unter den Füßen oder was? Das verrate ich dir jetzt nicht. Ja. Ja. Dann lassen wir erstmal draußen. Steck mal hin. So. Obwohl. Könnten die. Direkt markieren. Wie die. Zwei Profis haben wir. Ich merke das schon. Also auch zum Anzeichen. Einfach die Oberkante anmachen. Genau. Reicht. Die Schraube habe ich rausgenommen. Jetzt wieder einsetzen. Liste fest, weißt du, ne? Ja. Du machst heute immer die Schrauben kaputt. Ja. Ich will noch so kaufst. So. Jetzt haben wir noch eine Probe. Stecken erstmal da rein. Dann hinten. So. Jetzt kommen wir hier tatsächlich so ein kleines bisschen. Ja. Das passt genau. Und wir wollen den Hahn haben. Was haben wir hier? Hier haben wir das Reservoir direkt daneben, ne? Das kommt hier so hin. Gut. Das heißt also, das passt. Und den Hahn machen wir auf die Länge ungefähr. Ungefähr. Ja. Das heißt. Schicht. Ja. So. Sehr gut aus. So. Wird schon schief gehen. Dreimal abgeschnitten. Noch so kurz. Ihr kennt das. Wir haben ja noch ein bisschen Rohr. Das war bei mir schneller weg als du denkst. Das, was wichtig war. Also sprich, das mit dem größeren Durchmesser. Du hast aber auch die Pott und keine Pfütze. Ja. Jeder hat mal klein angefangen. Zack. So. Zum ersten. Zum zweiten. So. Und jetzt brauchen wir noch die Länge des Fallrohrs bis nach Zenten. Ha. Können wir auch fast so nehmen. Äh. Drei Zentimeter hätte ich schon gesagt. Kann man schon fast so lassen. Und wisst ihr, was da schön an der Sache ist? Das Rohr, wenn das hier, das Untergrund, da ist ja kein Druck drauf. Und das hier so fest so rein geht, das kann man so lassen. Dann tun wir das. Ja. Das heißt, wir müssen nur den oberen Teil verkleben. Und das untere stecken wir nur rein. Ja. Ist das die Schnittkante? Das ist die Schnittkante. Das ist die Schnittkante. André mal noch eng. Perfekt. So. Und das müssen wir jetzt kleben. Ja, dann haben wir es schon. Wenn wir den jetzt noch richtig kleben, nämlich so. Wenn wir den falsch kleben, dann haben wir ein Problem. Also mit Öffnung nach vorne. Dann haben wir den wunderschönen Stellhahn hier. Das Ding ist einfach nur genial. Gut. Machen wir den Schnitt. Das kleben wir auch mal, euch nicht zu zeigen. Dann hat der Jonas euch schon oft genug gezeigt. Und wie wir das hier machen, das wollt ihr gar nicht sehen. Also bis gleich. So. Jetzt haben wir im Prinzip die Verklebung gemacht. Die Rohre sind drin, können austrocknen. Das klingt auch relativ gut. Hoffen wir mal, dass es dicht ist. Wir haben jetzt hier einen Schrank. Wir haben uns gebastelt. Hast du hier gebastelt. Den wir jetzt rechts daneben setzen, weil da ist ja nichts. Da ist viel Platz. Ich benne euch das mal eben kurz mit ein, wie es jetzt aussieht. Ja. Und da muss man ein kleines bisschen Ordnung reinbringen. Damit es hübsch aussieht. Damit man Kabel verstecken kann. Auch mal den Schrank aufmachen kann, ohne direkten Schreck zu kriegen. Das wäre schon mal sinnvoll. Gut. Mal schauen, ob es ist. Machen wir die Zwinge ab. Mal gucken, ob es hält, was ihr hier gebaut habt. Ja. Hier ist das Haus auch nicht eigentlich. Wie war das, ne? Nein. So. So soll es sein. Sieht erstmal schon mal sehr gut aus. So, guck mal die eine davon. Wir haben die Schaltsteckdosen hier. Und da gucken wir jetzt noch, wo wir die genau montieren, wie wir die montieren. Der Plan ist natürlich nicht nur der Plan. Also es wird so sein. Es wird Minimum einer auf einer Seite und einer auf der anderen. Vielleicht. Je nachdem. Oder beide direkt nebeneinander. Müssen wir gucken. Weil wir müssen auch im Endeffekt bedenken, wenn wir das Ganze jetzt auch auf der Rückseite mal sehen. Dafür nehmt die mal in die Hand. Wenn ich die jetzt hier so nebeneinander habe, da passen ja nicht überall die entsprechenden Netzteile hin. Ja. Ja. Also die Netzteile sind was größer. Also du kriegst kein Netzteil direkt nebeneinander. Und wenn wir die so montieren, dann ist die Frage, kommen wir überall hin, können wir alles nutzen. Da müssen wir noch schauen. Kannst du eigentlich nur auf einer Seite den Netzteil und auf anderer Seite hast du welche mit den dünnen Steckern. Ja genau. Die kannst du dann gegenüberliegen, dann kannst du die eigentlich nutzen. Aber müssen wir mal gucken. Vorteilhafter wäre es natürlich, wenn wir beides auf einer Seite hätten, dann haben wir hier noch jede Menge Platz, den wir im Endeffekt auch brauchen. Hier würde ich vielleicht dann noch eine rausnehmbare Wand einsetzen, wenn da die Stecker dran muss. Je nachdem, ob das hier funktioniert oder nicht. Die werden wahrscheinlich auch raus stehen, wenn du Netzteile hast. Ja. Wir brauchen natürlich noch Fläche, um für die Dosierpumpe eine entsprechende Abstellfläche zu haben. Also sprich für die Flüssigkeiten, Essentials Plus, N und P, das Ganze muss ja auch irgendwo hin. Oben drauf kommt die Dosierpumpe. Ja. Die können wir dann die Schläuche vorne runter laufen lassen, dann hinten. Hier an der Seite muss noch rein. Das machen wir jetzt gleich. Das machen wir jetzt gleich. Da kommt noch ein Durchbruch hin, damit wir auf der Höhe die Kabel und Schläuche durchführen können. Ja, und unten haben wir dann noch eine Abstellfläche. So ist der Plan. Ja. Hat dann gut funktioniert unser Plan. Das sieht erstmal ganz gut aus. Machen wir einen Schnitt und dann machen wir gleich drinnen weiter. Jetzt mal fest und fest rum. So. Ich bin gerade ein kleines bisschen geschockt. Ich habe hinten an dem Hahn gedreht und der ging so schwer. Und ich habe gesagt, verdammt habe ich den jetzt mit verklebt eben oder direkt blass. So. Dann haben wir jetzt hier schon mal den groben Vorbau. Ihr seht, der Schrank ist drin. Der muss auf der Rückseite, wird er da hinten von der Innenseite noch mit einem Winkel befestigt, damit er fest ist. Es ist hier eigentlich nur eingesetzt, damit er hier auch vorne sauber bündig abschließt. Das Becken kommt noch ein kleines Stückchen drüber. Es kommt nämlich direkt bis an den Schrank. Ein kleines bisschen Luft müssen wir lassen. Da würden wir keine Vibrationsübertragung haben. Oder wir packen da Luftpolsterfolie zwischen. Können wir auch machen. Auch eine Variate. Gucken wir mal, wie wir das dann machen wir am Start. Einfach nur ein bisschen Luft zwischen lassen wahrscheinlich. Ja, verklebt haben wir. Hier sieht es auch dann gut aus. Das ist ein bisschen, ja mal gucken. Vielleicht haben wir irgendwo noch eine Halterung, die wir mit hier unten dran machen. Ich habe ja noch passende Halterung. Beide müssen wir bloß einen Bock dazwischen machen. Wenn man das hier auch noch irgendwie befestigen, dann wackelt das nicht ganz so. Ist also auch soweit fertig. Hinten für den Bypass. Hier auf der Kopfseite habe ich vorgesehen, dass die UVC drankommt. Die wird dann so aufgebaut, dass einfach der Schlauch hinten rumläuft. Hier von unten nach oben montiert. Ich hoffe, die passt. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, wie groß sie ist, aber wird schon schiefgehen. Irgendwie kriegen wir die da schon rein. Und ja, dann läuft hier vorne Wasser wieder rein. Und jetzt können wir anfangen, ich sag mal, die Kabel schon mal grob verlegen. Gucken, wo wir die Controller hinpacken. Und dann haben wir schon mal den groben Aufbau soweit fertig. Die Kleinigkeiten zwischendurch. Ja, wie gesagt, wir müssen gucken, ob wir die Schalter beide auf eine Seite machen. Würde sich anbieten. Wäre optisch das Beste. Aber wenn ich mir jetzt hier angucke, soll ein entsprechendes Netzteil, wenn wir das reinstecken, verkehrt rum und dann auf der anderen Seite vielleicht mit dem normalen Stecker arbeiten können. Nicht eng. Könnte eng werden. Wenn wir wahrscheinlich hier solche Stecker rein kriegen. Ja, aber wir haben ja im Prinzip leider Gottes von allem etwas. Also wir müssen so ein kleines bisschen jetzt tricksen, damit das dann auch einigermaßen passt, funktionell ist. Damit man dann da auch überall dran kommt. Die Dosieranlage. Kommst du da dran? Die haben wir im Prinzip hier. Die wollen wir hier oben. Guck mal, die kannst du so hinsetzen hier. Ja. Wenn wir dann hier die UVC langlaufen lassen, dann kannst du die Schlauchführung hinten durch deine Öffnung zu deinen Behältern machen. Ja. Hast du die da oben? Ist das eine Wifi? Nein, noch nicht. Aber du hast ja gesagt, gegebenenfalls eine RF rein. RF oder was Vergleichbares, wenn wir uns dann mal in Ruhe darüber unterhalten. Weil bei der hier musst du ja im Vorfeld immer wieder dran, weil Programmierung oben drauf. Ist dann ein bisschen uncool, aber wenn die RF sowieso reinkommt, die ist momentan im Angebot gewesen. Ja. Wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, ist das Angebot vorbei. Also vergesst es. Zu spät. Die ließe sich dann auch hier oben entweder draufsetzen oder hier vormontieren mit einer Halterung. Also die Position davon, ja, dann brauchen wir uns über die erstmal keine Sorgen mehr zu machen. Weil wenn man starten wird, wahrscheinlich die RF schon da sein. Ja. Braucht jemand eine Dosieranlage? Nein. Haben ist besser wie brauchen. Grundsatz Nummer eins. Ja. Ich würde mal sagen, ich pack die da drüben woanders hin, damit man das Ganze hier mal sieht. Wenn wir den Rest hier machen und bis zum nächsten Schnitt. Auf geht's. Los geht's. Los geht's. Auf geht's. Wir haben tatsächlich jetzt erst mal hier mit fertig. Viel haben wir nicht gemacht und großartig sieht es auch nicht aus. Doch, es hat sich was getan. Also wir haben ja einmal den Boden weiß poliert und das bringt schon mal extrem viel Licht. Eine ganz andere Optik. Vorher war es schwarz, jetzt ist es weiß und somit haben wir uns die Option geschaffen, wir können Sand reintun, wenn wir wollen. Tun wir aber erstmal nicht. Aber wir könnten, wenn wir es tatsächlich wollten, rein machen oder im Nachhinein geht auch noch und wenn du dann sagst, nee ist doch doof, wieder raus und sieht dann trotzdem gut aus. Ja, wir haben die Verrohrung gemacht hier, die ist geändert worden. Da unten müssen wir noch eine Klammer dran machen zur Stabilisierung. Und wir haben hier einen extra neuen Schrank eingesetzt, der so ein kleines bisschen für Ordnung sorgen soll. Mehr Abstellfläche. Es ist tatsächlich noch nicht alles final so verbaut, wie es sein soll, weil wir haben hier Pumpen von Dubla. Da müssen wir erstmal gucken, wenn wir es in Betrieb nehmen, ob die bleiben oder nicht. Von der Lautstärke her, von der Akustik her, Einstellmöglichkeiten. Von daher, wir hatten vor eigentlich hier die Controller hier auf die Tür zu machen, wie ich das damals mit meinem Reaver auch gemacht habe. Kann man schön verlegen. Hier hinten an der Seite geht das auch ganz gut. Aber da wir noch nicht wissen, ob es die finalen Geräte sind, lassen wir die Tür erstmal noch in Ruhe. Genauso wie mit der Decke. Ja, genau. Ja, aber alles in allem haben wir ganz schön lange gebraucht dafür. Aber es ist auch super geworden. Ja, gut Ding braucht beide. Also definitiv. Das nächste, was wir jetzt in Angriff nehmen werden, wir gehen hin und werden das EPO aufbauen und probestellen und schon mal grob verkleben. Das kommt aber in einem anderen Video. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Es geht weiter. Ciao. Ciao.